Hallo, ihr süßen Puppies. Ich bin Sarah Jurassic. Hi, ich wollte euch was ganz wichtiges mitteilen. Am 12.12. feiere ich zwei Jahre Popkicker im Schwutz. Und an alle Transvestiten. Ich mache auf dem Affenfelsen. Der Affenfelsen sind diese Stufen gegenüber der großen Bar auf dem großen Flur. Da sind doch diese Podeste. Das wird alles abgetrennt. Es gibt ausnahmsweise nur dieses einmal im Schwutz einen VIP-Bereich. Normalerweise hassen wir VIP-Bereiche, aber diesmal zu meinem Geburtstag hat das Schwutz erlaubt, einen VIP-Bereich für Transvestiten einzurichten. Das heißt, jeder der Frauenkleidertritt und ein Mann ist, jeder der Männerkleidertritt und eine Frau ist oder andersrum ist oder Transgender ist, aber irgendwie eine Frau sein mag, aber lieber ein Mann und und und. Alles mögliche. Hauptsache, du bist verkleidet und du siehst toll aus. Du kommst nicht nur sonst ins Schwutz rein, das ist natürlich immer so, sondern du bekommst am Einlass auch noch einen Sekt-Gutschrein für den Abend und fahrt von 0 bis 2 Uhr. Kannst du in den VIP-Bereich und dein Glas Sekt abholen? Ich werde dort die ganzen zwei Stunden anwesend sein mit einem Fotografen und ich mache ein Meet & Greet mit jedem, der mit mir sprechen möchte. Ich hoffe, es kommen wenigstens ein paar. Ja, von 0 bis 2 Uhr. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich möchte euch allen bunten Gestalten der Nacht was zurückgeben, weil ihr bereichert meine Party, ihr bereichert das Schwutz mit eurer Anwesenheit und eurer Schönheit und deshalb kommt alle am 12.12. ins Schwutz zu 2 Jahre Geilhand. 2 Jahre Popkicker. Bis dann. Ich freue mich, ihr Süßen. Eure Schreikösschen. Ha!